Einen wunderschönen Freitag-Guten Morgen wünsche ich euch, weil wir Destiny-Freunde nicht gerne werden möchten. Jetzt wieder euer DJ mit Xur in Destiny 1. Er befindet sich im Rift und er hat diese Woche dabei für uns als Ngramm. Spezialwaffe und dann haben wir noch die Dünenwanderer, erhöhte Sprinttempo etc. pp. Dann Maske des dritten Mannes für den Jäger. Akkus gegen Angriffe brauchen weniger Superenergie. Dann haben wir noch den Helm für den Warlock, Temporärerhöhung von Wiederherstellung bei Kurz-Teleport und dann haben wir noch Nemesis-Stern. Die fand ich damals okay. So ähnlich sag ich mal wie die Donnerlord in die Richtung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns heute Abend wieder in Destiny 2. Euer DJ. Haut rein.